Das ist ein sehr unerträglich. Ich habe mich zum Lieberhofer, wir sind auf dem Flug. Das lässt sich jetzt gar nicht vermeiden. Ich habe ein wirklich einladendes Röhrchen. Hier hat man das Gefühl, man könnte sich alle Krankheiten der Welt einfangen. Die Wände und das Wasserrohr, zwei Jahrzehnte waren gelder Ölfarbe gestrichen, farblichen Mittelstahl, Spülkasten und Lofasbrille, ebenso angestrichen und Ölse aboniert. Sogar die Kluwolle an der Wand ist mit dieser Feuerwehr eingesaut. Und weil das so ein schönes Thema ist, wollen wir uns mal an die Schülle reine bei der Hand. Wenn man auf der Ort wird, dann gibt es die Kluwolle an der Wand. Und dann gibt es die Kluwolle an der Wand, wenn man aber ein Kieszeichen ausfällt. Ja, gleich ist ein Kluwolle. Ja, das ist jetzt bei mir oben im Gartenhahn. Wie weiß ich. Nee, ich bin ein Kluwolle. Ja, das hat bis jetzt wieder zurück. Scheiße.